Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 13. Ja, heute haben wir dabei Disney+, macOS Big Sur, Alexa und Microsoft Office. Ja, beginnen tun wir mit Disney bzw. der Walt Disney Company, denn die haben ihre Quartalzahlen bekannt gegeben, was uns normalerweise wenig interessiert. Neuerdings allerdings schon wegen dem Streaming-Dienst Disney+. Und jetzt wissen wir, wie viele zahlende Abonnenten die haben. Und zwar haben die 73 Millionen zahlende Abonnenten. Das ist ein stolzer Wert in knapp einem Jahr, finde ich gut. Läuft also bei denen, nicht zuletzt auch wegen dem Mandalorian, wo ja auch gerade die zweite Staffel auf dem Streaming-Dienst abzurufen ist. Die machen das ja eben nicht wieder wie Netflix, die alles direkt raushauen, sondern jede Woche eine Folge, damit ihr auch über den Probemonat kommt. Okay, nächstes Thema. Ja, großer Apple-Event diese Woche gewesen. Was wurde auch gesagt? Big Sur, das neue macOS-Betriebssystem, kommt raus. Ist auch gestern passiert. Und viele Updaten, deswegen sind die Update-Server in die Knie gegangen. Es gab Abbrüche in der Installation. Also große Probleme, viel zu viele Leute auf einmal. Und ansonsten tut euch doch die Ruhe an, wartet aufs Wochenende und updatet dann. Eventuell wisst ihr auch dann, ob auch alles reibungslos funktioniert mit eurer Hardware und eurer Software, die ihr so einsetzt. Denn andere haben es ja dann schon ausprobiert vielleicht. Also auf jeden Fall, falls ihr es versucht und ihr habt ein Problem dabei, da seid ihr nicht alleine. Alexa, da gibt es in der USA Fortschritte. Alexa so ein bisschen optimaler, wie so einen Gesprächspartner in die Echos zu integrieren. Und zwar soll wirklich ein natürlicher Dialog entstehen. Und da gibt es jetzt eine Testphase in den USA, dass Alexa halt aus eurer Frage auch schon schließt, was ihr eigentlich machen wollt. Und dann auch von sich aus Vorschläge macht. Also ein schönes Beispiel hat der Kashi in seinem Blog gehabt. Wenn man Alexa fragt, wie lange das Aufgießen von Tee in Apple dauert, dann kann sie ja die Antwort geben, ja 5 Minuten. Und auch direkt fragen, soll ich denn auch jetzt gleich einen Timer stellen für 5 Minuten. Und ich finde, das ist eine spannende Entwicklung. Schauen wir mal an, wie weit das geht und wann wir das auch in Deutschland bekommen. Und letztes Thema für heute, Apple Event am Dienstag. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Es gab den M1 Chip, es gibt die neuen Macs mit dem M1 Chip. Und ja, die wichtigsten Programme müssen da jetzt drauf, richtig? Ja, und eins der wichtigsten generell ist Microsoft Office. Und da gibt es schon direkt die erste Beta heute. Also Microsoft hat auch kräftig seit der Vorstellung des Prozessors im Sommer auf der WWDC auch daran gearbeitet. Und stellt dann jetzt entsprechend um. So, ansonsten könnt ihr natürlich auch noch euer aktuelles Microsoft Office dann wahrscheinlich mit Rosetta verwenden. Rosetta 2 logischerweise. Und das sollte eigentlich auch laufen. Wie performant müssen wir noch sehen. Die ersten Benchmarks kommen jetzt generell rein. Ja, und das war es dann auch schon in einer sehr von Apple dominierten Woche. Logisch bei dem Event. Und ich wünsche euch einen schönen Freitag. Kommt gut ins Wochenende. Bleibt positiv und der Martin wird euch dann ab Montag wieder mit News versorgen. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.